Schön, dass du kommen konntest. Kein Problem. Was kann ich für dich tun? Ich suche einen Vater. Toll. Ja, ich wünsche mir ein Kind. Schön für dich, ja. Ist auch viel einfacher, als du jetzt wahrscheinlich denkst. Ich meine, eine Beziehung oder heiraten oder so, das kommt für mich gar nicht in Frage. Oder dass du dich drum kümmern musst. Du brauchst auch den Ausgang der Schwangerschaft nicht abwarten. Ich meine, Befruchtung, das wäre dann auch schon alles. Ich? Du willst nicht. Doch, doch. Danke, dass du an mich gedacht hast. Ja, mich zu danken. Ja, warum gerade ich? Ich meine, wie oft sind wir uns begegnet? Ja, aber das ist doch der springende Punkt. Und Ulrike hat halt gesagt, dass du vielleicht... Wer bitte? Ulrike. Sag mal, ist das ihr eine Art Casting oder was? Ich mag dich. Und, ähm... Ich bin auch bereit, dir was dafür zu zahlen. Wie viel? Wir werden uns bestimmt einigen. Sag mir, was ich tun soll. Bleib ganz ruhig. Nimm deinen Hut ab, so als ob die zu heiß wäre. Und stell die Tasche zwischen uns auf die Bank. Ella, hör mir zu. Du, du hörst mir nicht zu. Ich hör dir zu. Ich hör dir wohl zu. Stell die Tasche zwischen uns. Mach dich ein wenig zurecht. Das Geld, das du reingeschleust hast, wird vielen Menschen das Leben retten. Juden. Ja, auch. Ich hab gehört, du hast geheiratet. Hast du ein Bild von deinem Mann da? Von uns beiden. Ich hab dir von ihm geschrieben. Bekommst du meine Briefe? Ja. Ella, ich möchte, dass du noch etwas für mich tust. Ich hab nämlich eine Tochter. Ich möchte, dass du für sie sorgst, falls mir was passiert. Ich werd für sie sorgen. Das weißt du. Ich fahr schon extra tagsüber mit Licht. Ich versuch zu hupen. Ich schreie aus dem Fenster. Ich kurbel das Fenster runter, schlag von außen gegen die Wagentür. Ich spiel Public Enemy in voller Lautstärke. Ich schicke Gebete zum Heiligen Franziskus Christoph aus, weiß der Geier. Ich tue wirklich alles, was man tun kann. Und trotzdem rase ich pro Woche in mindestens ein Reh. 13 Rehe habe ich auf dieser verfluchten Straße in sieben Wochen totgefahren. Ja, und ich muss aber diese Straße langfahren. 64 Kilometer zu meiner Arbeit hin und zurück. Ich muss ja irgendwie zu meiner Arbeit kommen. Und ich muss auch wieder heim. Wo kommen die bloß immer alle her? Der Scheißkerl lügt. Wieso glaubst du ihm? Er ist einfach mal in mein Bett gekommen. Ich hab geschlafen. Du hast geschlafen? Und du und Schulzlamm hast nicht gemerkt, wie er dir seinen Schwanz reingesteckt hat? Sei nicht so ordinär. Ich bin ordinär. Du vögelst mit meinem Kerl und ich bin ordinär. Schmeiß mir ihn raus. Das geht nicht. Ich brauche ihn auch als Modell. Ist doch albern, dass wir uns wegen ihm streiten. Schmeiß mir ihn raus. Dann haben wir es endlich wieder nett hier. Wenn ich dich noch ein einziges Mal mit ihm erwische, schmeiß ich dich raus. Ich schmeiß euch alle raus. Dich und Anna auch. Deine Großzügigkeit und Wohltätigkeit hängen mir schon lange zum Hals heraus. Nur weil du die Kohle hast, glaubst du, umkommandieren zu können. Frag dich mal, warum du die Kohle hast. Ich hab deinen Mann umgebracht. Eigentlich hab ich ihn geliebt. Da kommen gleich die Tränen. Ja. Irgendwie hab ich Henning sehr gemocht. Red nicht so einen Scheiß. Er war eine Seele von Mensch. Und er hat mich vergöttert. Und jetzt? Und jetzt spielt die feine Dame die trauernde Witwe. Und vögelt heimlich diesen Don Johnson-Verschnitt. Ich nicht, du. Ach. Und du? Das geht dich gar nichts an. Ab heute werde ich jeden Tag mit ihm schlafen. Morgens, mittags und abends. Und jedes Mal, wenn ich komme, werde ich besonders laut schreien. Damit du es hörst. Der interessiert mich doch gar nicht. Das hab ich ja gesehen. Wenn du gehen willst, dann geh am besten gleich. Du willst, dass ich gehe? Du hast doch gesagt, dass du mich nicht mehr ertragen kannst. Ich halte dich nicht. Gut. Ich bin schon weg. Frau Piefke, haben Sie meine Tabletten gesehen? Nee, wieso? Hab ich die schon? Oder hab ich die? Dann hab ich die auch. Ah! 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 Hey! Aua! Hey! Er ist weg. Ah, das hat ja wieder super geklappt. Vielen Dank, ihr Lieben. Was will man machen mit so einem Typen? So ein Hypochonder. Doch. Wie geht es? Aber позволновende Die Linke 500 Zealand. Untertitelung des ZDF, 2020